Kleber, 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 Kleber. Ja, drei Kleber. Ja, ja. Und fünf Sehnen. Och gut. Ja. Willst du das zurückbringen? Woher wollen wir das zurückbringen? Hast du Angst, dass ich es verliere, weil ich sterbe? Ja, 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 ja. Warum denn? So, und willkommen zurück bei Subsistence. Heute, heutiger Plan. Ja, Werkbank bauen. Die brauchen wir jetzt. Dann können wir nämlich bald die Waffen herstellen. Dann können wir die Jäger anmachen. Super versteckt sich hinter der Tür, warum auch immer. Guten Tag. Und dann gehen wir nochmal zum Puma. Mal gucken, ob er heute mehr Seen spendiert. Ich habe elf Pfeile, die sollten eigentlich reichen. Ich habe Pfirsen. Pfirsen, ich muss noch ein paar Nägel mitnehmen. Vielleicht muss man reparieren. Okay, ja, kann sein. Der war ja sehr bissig. Ja, 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 ja. Ein bisschen vorbereitet haben wir. Ein minimal ein bisschen. So, zack, zack, zack. Was gebaut? Was? Was soll ich denn bauen? Werkbank? Nee, die wolltest du bauen. Ich habe nichts in der Tasche. Das ist alles. Achso. 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 Hm. Wir haben Pause. Äh. Achtzehn. Und... Wo haben wir noch? Zehn weiter. Zehn, zehn, acht, zehn, zehn. Hm. Zack und zack und... Na. Jetzt. Schuh. Aufstellen kannst du? Ich stelle mal noch eine zweite Falle auf. Stell einfach hin, wo du willst. Hm, hm, hm. Essen, trinken. Oh, sind wir so weit voll. Halbwegs. Jetzt mit den Pfeilen, das ist auch viel schöner. Da kann man sich schnell mal was schießen. Stimmt. Oh, ich bin bereit. Oh, das musst du nicht mehr, wa? Nö. Ich habe auch noch ein Fleisch bei. Juhu, denn... Oh, gucken wir mal, was unser Kumpel sagt heute. Ob wir ihn überhaupt finden? Haha. Ja, der ist ja immer da. Ist ja nicht so wie die Dietrich-Kiste. Ja, das stimmt. Da hinten gehen wir erstmal nicht mehr hin. Aber hier vorne wartet manche. Hast du ja nicht noch ein Dietrich bei? Ja. Na los, komm, dann machen wir hier so einen kleinen Bogen. Über einen Mammutbaum, so eine kleine Runde. Und dann gehen wir nach oben. Am See vorbei. Ist das jetzt woanders? Na, aber ich habe noch ein Hasenfleisch in der Tasche. Ist es roh? Nee, das geht nicht. Ich weiß. Das wird bestimmt schlecht. Wo ist denn? Wo bleibst du denn? Ich weiß ja nicht, wo du bist. Ich wollte zum Puma. Und du bist jetzt auf jeden Fall wieder ganz woanders. Am Mammutbaum. Ja, aber falsch. Ja, aber so einen kleinen Bogen machen. Vielleicht kriegen wir eine Dietrich-Kiste auf dem Weg dahin. Und ich darf auch nicht rennen. Dipp, dip, 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 dip. Dillip, dip, dip. Nee, rennen ist jetzt nicht so cool. Wenn du wirklich mal rennen musst, dann hast du wenigstens ein bisschen was im im Magen. Dann fällt es dich gleich um. Oh. 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 What nu? Ah, war nun. Die rennen so schnell los, die Viecher, ey. Das sind mal die kleinen, mit der Steinschleuder, oder? Hast du ja nicht. Ach, Wolf. Ah. Komm, wir gehen unten lang. Aber ist die falsche Richtung. Nein, nein, das ist schon richtig. Hm. So, jetzt haben wir die Werkbank. Den können wir langsam drauf hinarbeiten auf eine Solarzelle. Das ist schön. Denk eher an Waffen. Ja, Waffen können wir immer bauen. Aber in einem Vierer brauchst du echt viel Munition. Ja, wir haben ja schon eine. Eifer pipsch. Hätte ich ja gar nie gedacht. Rede nicht so doof. Wo gehst du denn hin? Komm zurück! Alle sich gerade schon an der Stirne klatscht. Ja, war ich noch ja nicht. Gucken. Kleber, 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 Kleber. Ja, drei Kleber. Ja! Und fünf Sehnen. Och, gut. Ja. Willst du das zurückbringen? Wollen wir das zurückbringen? Hast du Angst, dass ich es verliere, weil ich sterbe? Ja, 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 ja. Warum das? Nein. Na, dann gehen wir weiter. Nee, ich bringe sie jetzt zurück. Okay, okay. Ey, langsam. Boah, das dauert so lange. Ist egal. Drei Kleber, was brauchen wir für so eine scheiß Solarzelle? Wollen wir so Kleberin linsen? Da freue ich mich, da freue ich mich. Aber drei ist ein bisschen dünn, wa? Jetzt sei mal noch unzufrieden mit dem, was ich gelootet habe für dich. Ich glaube, man braucht drei Stück. Vielleicht sollte ich die öfter mal aufmachen. Nee. Ich glaube, man braucht drei Stück für eine Zelle oder zwei nur. Oder fünf sogar. Nee, fünf hat man rausgekriegt, wenn man es hergestellt hat. Jetzt beschwere dich mal noch, dann kriegst du ja nicht mehr. Und noch mehr Kleber und noch mehr Kleber. Ja, dann leg ein Reh. Und dann noch mehr Zellen und noch mehr Zellen und noch mehr Zellen. Und dann viel Strom. Schön. Dann geht das ja doch nochmal vorwärts. Ich dachte, das schaltet alle deinem Kleber. Ach, Quatsch. Wir werden mal trinken mitnehmen. So, Solarzelle schnell linsen. Vier Kleber, nein. Nein, 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 nein. Vier Stück. Na toll. Du kriegst den Kleber trotzdem drin. Ja, Mann. 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 Du heul nicht. Sei dankbar. Drei von vier haben wir schon. Ja. Mir ist warm. Ja. Bis zum Sommer so. Mal kurz abtauchen. Vielleicht finden wir ja noch was. Ah, nee. Aber so ein Reh schaffen wir nicht. Also wir schaffen es schon, aber... Das wird eine Weltreise hinter so einem Reh hinterher, hinter so einem Vieren. Ja, das glaub ich auch. Sollen wir mal gucken, wenn wir ihn sehen, mal gucken, was das an Leben hat. Was macht so ein scheiß Pfeil? 40? Ja. 30? Irgendwieso. 30, 40. Mann. 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 Da muss ich mir doch ein Reh bauen und so ein scheiß Reh jagen. Ja, ihr könnt es ja versuchen, aber... Wie Winnetou. Der hat doch einen Namen gehabt für sein Reh, ne? Hießen die nicht alle so komisch? Old Shatterhand. Das ist ja ein Kumpel gewesen. Ach nee, da war ja ein Herr der Ringe hier. Hießen ja auch alle Waffen irgendwie. Stich. Stich und... Ach, Mann. Mann. Das ist ein Bär. Wir wollen den nicht. Nee, machen wir doch nicht. So, da ist ein Wolf. Hier ist eine Kiste. Oh. Ich weiß nicht, für wen er knut. Aber ja, die knut. Ich glaube, sie hört. Na ja. Oh, guck mal. Jetzt fängt der Hund schon an zu rennen da hinten am Berg. Das ist auch scheiße. Das ist richtig scheiße. So weit kann ich mit meinem Fisch... Oh. Scheiße. Hinterher rennen, hat er gesagt. Das wird ja schon dichter. Hast du? Oh, ich hab's. Ja, das kam mir sogar entgegen. Das ist cool. Also kann man das doch irgendwie so ein bisschen hinterher rennen und dann... ...ist das nicht ganz so weit weg. Ja. Aber du wirst... Ja, ich mein so, der rennt da nicht so schnell weg. Der ist ja ein Dichter dran. So. Puma, ich finde. Ich muss mal ein bisschen... ...bisschen rumluten hier. Oh, Metallschrot. Grünzeug. Hast du ihn schon gesehen? Oh, blöd Wolf. Geh weg. Ich will ihn ja nicht sehen. Ist der Wolf an der Kiste? Ja. Na ja, wir gucken, ob es aber der Puma ist. 11 Pfeile in der Tasche, 10 Pfeile in der Tasche. Wer ist hier nicht? Ich denke, dass der auf der anderen Seite ist. Wo denn, wo denn? Letztes Mal war er hier hinter irgendwo. Oh, ich höre ihn. Oh, 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 oh. Oh, der grunzt schon ein bisschen. Da ist er. Oh, fuck. Hat er mich getroffen? War eigentlich zu spät geschossen. Wir mögen ihn. Wir treffen ihn. Das war knapp mit hochspringen eben. Da rennt er. Ja? Ja, da reichst du, wenn er da rennt. Dann hol du den. Ich glaube, er hat ihn nicht getroffen. Jetzt hat sich auch so angehört. Oh, jetzt hat er ihn getroffen. Uh, jetzt komme ich. Spring. Springt von hier aus. Wie komme ich? Rechts an der Kante. Wie dicht ist er denn so? Noch sehr, sehr dicht. Oh, fuck. Uh, 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 uh. Ich habe ihn getroffen. Ich habe ihn auch getroffen. Zweimal. Ich habe ihn nochmal getroffen. Ja! Alter! Da ist alt kaputt, aber ich gehe ihn töten. Also, schlachten. Aber mehr als vier, bitte. Gib dir mal Mühe. Sind nur vier. Aber zweimal Stoff? Mann. Wollte ich über den Stoff? Der hat zwei Fälle. Den holen wir uns noch. Das macht man Stoff mehr. Wenn du ihn noch triffst, dann halt sind wir durch. Ich geh weg. Das ist noch ein anderer Kumpel. Kumpelblase. Der rennt echt weit. Der rennt mega weit. Den von hier treffen wir. Links neben Baum. Das ist echt zu weit. Da ist er hinterm Baum. Oh, ich habe den anderen nicht getroffen. Ist der Falsche? Ja, 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 ja. Ist egal. Oh, er ist laut hinter mir. Upsi. Meiner ist tot. Das ist schön. Ich knurrt was. Ja, meiner. Noch einer. Das stimmt. Den teig nicht getroffen. Oh, fuck. Jetzt hat er dich aber angeguckt. Ja. Mann, ich treffe ihn nicht. Da ist er. Oh. Ich habe drei Pfeile verschossen. Das ist richtig scheiße. Die muss ich suchen. Ich habe ihn nochmal angeschossen. Ich muss erst an meinen Ausweiden. Da vorne. Aber ich habe so viele Pfeile verschossen. Weil der so doof ist und ich so schlecht schieße. Puh, also den haben wir schon mal. Den habe ich euch trocken nochmal. Er dürfte ja bald hin sein. Ich habe ja drei Pfeile verschossen. Ist dann hingelatscht jetzt wieder. Oh, hier. Was will er denn? Wo denn? Na hier oben auf dem Berg. Na, na? Uh. Der ist dicht. Kappen. Ist er tot? Ja, ist tot. Gut. Oh. Leuchte ihn an. Ja. Hier. Nimm das. Was ist denn das? Na, Hände waschen. So. Ich hätte hier jetzt gebadet irgendwo. Ja. So, brauchst du Pfeile? Na, ich habe keine mehr. Könnte mir aber vielleicht welche herstellen. Ich habe keine Nägel. So, dann wenn du an Nägel kann ich dir geben. Wie viele willst du noch haben? Ich habe zwei Federn. Also bringt mir nicht viel. Macht vier Pfeile. Ich hätte mal meine aufsammeln müssen irgendwo. Die Scheiße mit der Scheiße. Reift doch. Ich habe auch zwei Federn. Dann habe ich jetzt wieder vier, fünf Pfeile. Oh. Na gut. Na gut. Na gut. Hör mal nicht meckern. Na gut. Zwei Wolfser. Mein Wolf war nackig. Er hat nur Fett, Leber und Fleisch gehabt. Hm. Nackt. Der Blödeimer. Ist der Beete brauchen wir ohne gießen? Geht gleich. Das ist dein Kumpel. Der hat schon angeschossen. Ne. Meinen Heike getroffen. Okay. Schaffst du ihn nochmal? Ich weiß nicht so genau. Na jetzt hast du ihn ja wieder zerstört. Ah ja. Komm, wir getroffen. Ich auch. Oh, siehst du? Cool. Geh den. Oh fuck. Den wollen wir nicht. Ne. Wo ist er? Oh scheiße, der macht uns hier alle kaputt. Ja, und isst uns. Ne, beweg dich nicht. Der liegt tot. Aber da liegt der Wolf. Ja, ne, der liegt rechts, oder? Der frisst den jetzt. Was? Komm, wir schießen den ab. Ach, geht ja nicht. Wir können den. Ich hab drei Pfeile. Ich kann den noch nicht mal abschießen. Ne, ne, ne. Der hat 200. Ne, den schießen wir nicht. Oh, ich will aber den Wolf haben. Der liegt aber rechts, der Wolf. Oder? Okay, du holst den Wolf. Ich lock den weg. Ne, ich will nicht. Ich weiß nicht, wo der liegt. Ich seh den nicht. Gerade zu. Gerade zu da. Der Schwarze gerade zu. Langsam gehen. Langsam gehen. Ne, der Bär haut wieder ab. Den könnten wir hinkriegen. Ganz vorsichtig. Oh. Oh, ich kann nicht. Ich kann nicht raus. Jetzt renne. Renne, 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 renne. Renne. Ich renne ja schon, aber ich bin gleich tot. Locken weg. Uh. Er war so langsam beim Nehmen von dem ganzen Zeug vom Wolf. Vielleicht hat er dir dein Behn nicht kaputt gemacht. Ne. Uh. Puh. Das war scheiße. Okay, komm nach rechts und dann gehen wir hier einen Bogen lang wieder zurück. Du kannst ruhig aufstehen, wenn du willst. Angst. Ich dachte, du stirbst. Ich wollte schon auf den schießen. Aber vorhin habe ich auf den Wolf geschossen, der hinter dir hinterher war. Habe ich nicht die Akku gekriegt von dem. Das war ein bisschen seltsam. Oh, mein Herz, ey. Komm nicht raus, komm nicht raus. Schön, die Hände bis zum Ellbogen drin in dem Wolf. Nein. Na egal. Ich raus. Oh. Shit, no. Eine Phase. Ich dachte dahinter. Aber er war nur ein Baumwipp, ey. So, jetzt gehen wir mal nach Hause, wa? Ich hab hier nur Aufregung für heute. Naja, naja. Bist du doch dabei, ich dachte, du rennst gleich wieder. Aber hast du doch tapfer gemacht? Naja, klar. Mit bisschen Glück. Mit bisschen Glück nicht den Fuß gebrochen. Ah, der Dude. Ein paar Sehnen gekriegt. Ein paar Fälle, Haufen Fleisch. Können wir uns hier richtig ranzen, voll schlagen. Das stimmt, ich hab viele Leber. Wir könnten uns jetzt mal so eine Tränke hochherstellen, wenn wir brauchen. Einen hab ich schon nicht schafft herzustellen, aber das war so eng. Mit den Algen, dass die überhaupt noch erhalten haben. Aber das können wir machen. Wir könnten hier in Tümpelkurs gucken. Ob da was ist. Eine Alge oder zwei vielleicht. Und dann gehen wir bei uns nochmal gucken. Fünf Stück brauchen wir. Ja. Also fünf würden wir vielleicht noch zusammen kriegen, aber zehn? Wahrscheinlich nicht. Zehn Algen haben wir noch nie geschafft. Ach, blöder Wolf. Ja, geh wieder so rüber, wo wir umgang gehen. Kommen wir wahrscheinlich an hier ins Wasser. Befürchte das jetzt um. Oh, vielleicht auch umgehen hier. Oh, das ist auch noch einer. Äh. Äh. Sieht so aus. Eine. Eine ist. Eine hat er. Zwei. Aber wir haben nicht gegenüber geguckt, ob da was rumläuft. Nee. Okay, hier haben wir immer noch unser Podest. Okay, zwei habe ich. Brauchen wir noch drei. Sollen wir mal gucken bei uns. Ja, komm, wir sind ja noch voll. Wir können ja bis nach Hause. Wo bist du? Bade noch. Wir können ja bis nach Hause rennen, eigentlich. Küste. Oh. Wo ist er? Wunderslafer. Warte, warte, warte. Stehen, 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 stehen. Oh. Genau zwischen den Augen, hast du sie. Lebt noch, mach in den Stall. Steckt aber noch. Mach in den Stall, ja. Jetzt kommen wir rennen und baden. Und suchen noch drei. Nacktbaden. So, geh schnell zu entfallen, Leute. Würde ich ja jetzt nicht mehr schaffen. Und von da aus gehe ich dann gleich ins Wasser. Erste Falle ist nix. Zweite Falle ist nix. Ich leere erst schnell meine Taschen. Zum Baden? Mhm. Das zieht so nach unten, oder? Ja, das ist schwer. Das wird alles voll saugt. Ähm. Es ist einfach dunkel, das ist dann scheiße mit Baden. Äh. Du badest ja, das reicht ja, wenn er in der Baden hat. Ich habe noch eine. Die dritte habe ich schon. Sehr schön. Ich spiele ein Attitude mit uns heute. Sag es nicht, beschreit nicht, ich klopfe auf Holz. Was für ein Holz. Na, Tisch. Ich koche. Ich hole Wasser. Wie du kochst. Na, ich koche das. Oh, hier ist eine Kiste. Du sollst Algen sammeln. Na, du sammelst doch Algen. Reicht doch, wenn einer die sammelt. Binde. Wasser. Ah. Möp. Mehr gibt's da nicht. Doch, hier ist eine. Vier. Boah, koch nicht die Leber. Nee, ich habe nur eine gekocht. Von vier. Drei halt noch in Taschen. Ich habe nur eine Fünfte. Dann such sie. Na, ich such schon, ich such schon. Mann. Okay, vier reichen leider nicht. Oh, schwimm, schwimm, schwimm schneller. Es wird dunkel. Oh, hier ist ihn aufgeploppt. Na, siehste. Sieht doch komisch aus. Scheiße, die warmen Bären. Oh. So, jetzt bin ich satt. So, Trank. Hier, hier hast du diese Dinger hier. Die komische, dann kann ich wo mal meinst. Oh. War knapp. Ich hab das, ne? Kann ich wo mal meinst. Geh mal nicht mit dem Trank. Da. Leber. Ja, jetzt haben wir zwei Trinker. Schön. Hm. Auf, das würde ich nicht so bald brauchen, aber... Kurz Wasser holen. Puh, war ja erfolgreich heute eigentlich. Ja. Mit Veggie immer voll, aber mit Dings... Mit Protein immer runter. Nein, iss. Du hast doch. Ich hab auch noch Leber, wenn du brauchst. Zwei Stück. Die wären sonst eh schlecht. Ist alles voll hier auf dem... Wir brauchen Kühlschrank langsam, ey. Bei dem vielen Fleisch, was wir legen. Ach, wir fressen halt einfach. Ey, kann nicht mehr. Ich bin voll. Und hab noch rohe Leber. Rohe hast du noch? Ja, ja. Oh. Genau. Ja, ich muss erst mal was runternehmen. Warte schon. Du bist richtig... Voll, voll? Ja. Ja. Ich kann noch eine Leber können länger essen. Warte, ich packe den noch in da drin. Oh, ist ja voll. Ist ja voll bis sonst wo. Dann kannst du ja noch erst mal das alles essen. Eine Leber... Jetzt kannst du noch mal drin. Was kosten denn die Nägel? Zwei davon, sechs... Vielleicht sollten wir uns Nägel herstellen. Wie kommen denn da raus? Nee. Soll ich es mal probieren? Also einfach nur so als Test mal. Zwei blau... Wir brauchen doch jetzt keine Nägel. Einen Dings. Doch, wir brauchen Nägel. Zwei blau. Blau haben wir noch nicht. Okay. Blau müssten wir erst einschmerzen. Ja, du bist nicht hungrig. Wiss ich selber. Naja, gut. Ja, haben wir uns gut überstanden den Tag. Dann machen wir Schluss für heute, wa? Und dann sehen wir euch wieder und ihr uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Haut darin. Ciao. 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 Bye.